Hallo zusammen und willkommen auf Football Turbist zu einem neuen Video, um einer der Playlists meines Kanals mehr Sinn zu geben. Nämlich der über das Positionsspiel, da ich bereits zwei Videos über Spielphasen veröffentlicht habe, die man mit dem Positionsspiel in Verbindung bringen kann, ohne jedoch wirklich zu definieren, was es ist. Also das wollen wir jetzt versuchen, bevor wir uns auch andere Spielkonzepte ansehen, die mir bislang bekannt sind, so dass ich euch um etwas Nachricht bieten möchte, dass es sich um ein Thema handelt, das auch heute noch theoretisiert und diskutiert wird. Beginnen wir also zu versuchen, von dem eine Definition zu geben, denn es gibt verschiedene, so dass ich in Anwendung an die Besten sagen würde, dass das Positionsspiel der Spielstil oder die Spielweise ist, die darauf abzielt, die mögliche Überlegenheit der betreffenden Mannschaft gegenüber ihrem Gegner mittels einer rationalen Besetzung der Räume zu maximieren. Das mag auf den ersten Blick, wie Kauderwelsch klingen wird, aber im Laufe des Videos viel klarer werden, ihr werdet es schon sehen. Tatsächlich bezieht sich der Begriff Position hier nicht nur auf den Ort, an dem die Spieler auf dem Spielfeld stehen, sondern auch auf die Art und Weise, wie sie stehen, also die Position des Körpers im Raum. Im Deutschen hat das Wort Position tatsächlich diese Doppelbedeutung, aber im Spanischen ist dies nicht wirklich der Fall, da wie Juan Manuel Lillo erklärt, eher der Begriff Ubikation gewählt werden sollte, weshalb ihr seit einigen Jahren beide Nomenklaturen finden könnt. Theoretisch kann man also sehr wohl vom Positionsspiel einer Mannschaft in ihren Phasen ohne Ball sprechen, aber das wird heute nicht mehr wirklich gemacht, da jeder gute, tiefe, mittlere oder hohe Block, Pressing oder Gegenpressing, rationale Raumbesetzungen sein können, während mit Ball das Ziel hinter dieser rationalen Raumbesetzung klar ist, den Ball zu haben, um ein Tor zu erzielen und nicht nur, um ihn zu haben. Das Positionsspiel ist eben kein Ballbesitzspiel oder Tiki-Taka, wie es oft fälschlicherweise genannt wird, weshalb Guardiola nach eigener Aussage Tiki-Taka hasst, denn jeder Pass muss eine Absicht haben und diese Absicht darf natürlich nicht darin bestehen, ein rhythmisches Geräusch des Tiki-Taka zu erzeugen oder fortzusetzen. Der Ballbesitz ist also kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um ein Tor zu erzielen, ohne jedoch den Gegner und das Risiko von Ballverlusten zu vernachlässigen, so dass in den Momenten mit dem Ball die Mannschaften, die mit dem Positionsspiel verbunden sind, dazu neigen, wie hier im Bild einer Pyramide zu ähneln, weil die Verteidiger eng beieinander stehen, um lange Pässe in diesen Zonen zu vermeiden, die es dem Gegner ermöglichen würden, mehrere Bälle zu erobern, in dem er sie antizipiert, und weil man diese Weite weit oben auf dem Spielfeld hat, um die gegnerische Verteidigerei auseinander zu ziehen. Wenn die gegnerischen Verteidiger sich nicht auseinanderziehen wollen, kann der Flügelspieler den Ball problemlos annehmen, so dass es zu einem Verrücken kommt, und wenn sie den Pass verhindern, indem sie sich weiter auseinanderziehen, gibt es mehr Raum für die Spieler im Zentrum. Daher das Konzept, dass sich kein Mitspieler im gleichen Korridor auf der gleichen vertikalen Linie befinden sollte. Hier würde die von Sterling gegebene Breite es Sinchenko ermöglichen, anspielbar zu werden, sobald der Spieler zwischen den beiden Exit Seasons sich darauf vorbereiten würde, einen möglichen Pass auf den englischen Flügelstürmer zu erobern. Und wenn es dazu kommen sollte, dann wäre es auch deshalb, weil sich der betreffende Gegenspieler, um auf Sterling zuzusteuern, nicht nur in die andere Richtung, als die von Sinchenko, sondern auch nach hinten orientieren würde, während der Ukraine eher vor ihm steht. Daher gibt es auch das Konzept, keinen Mitspieler auf gleicher Höhe zu haben, obwohl dieses Konzept wie sein falscher Zwilling sozusagen mit Abstand zu betrachten ist. Denn auch wenn es eigentlich eher für Spieler in Ballnähe gedacht ist, ist es natürlich manchmal möglich, den Ball zu einem Spieler durchzulassen, der weiterhin auf derselben Passlinie steht. Der Grund dafür, dass die Breite im Allgemeinen eher hoher auf dem Spielfeld ist, liegt darin, dass die Idee hinter dieser Breite eben ist, zumindest zunächst über das Zentrum vorzurücken, da man mehr Passoptionen hat und leichter nach links oder rechts spielen kann, während Spielverlagerungen auf die andere Seite längere Pässe bedeuten, sodass es praktisch unmöglich ist, den Gegner in der Tiefe zu überraschen, da dieser normalerweise genug Zeit hat, den Ball zu erobern. Dennoch kann eine Spielverlagerung und generell das Anspielen eines Flügelspielers der schnellste Weg zum Tor sein, obwohl viele glauben, dass es in jedem Fall durch das Zentrum sei, da die meisten Unterschiede, die eine Mannschaft macht, möglicherweise auf den Flügeln zu finden sind. In meinem Video über Chavis Barca in den ersten Worten wurden insbesondere drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie man den Erfolg durch 1 gegen 1 Situationen auf der Seite begünstigen kann, wenn man dort einen guten Dribbler hat, sodass es keinen Grund gibt, auf diese Art von Mitteln zu versichten, wenn man sie hat, denn das würde gegen die Natur des Fußballs verstoßen, die eben dazu ermuntert, die möglichen verschiedenen Arten von Überlegenheit oder Vorteilen auszunutzen. In der spanischen Literatur werden mit der technischen oder qualitativen oder qualitativen, der numerischen, der positionellen und der sozioaffektiven Überlegenheit 4 davon anerkannt, aber ich finde, man könnte auch von einem dynamischen Vorteil sprechen. Ich werde sicher eines Tages ein Video über diese fünf Konzepte machen, aber ihr solltet wissen, dass es im Internet bereits einiges zu lernen gibt. Wie auch immer, all das, um zu sagen, dass diese rationale Raumbesetzung, die man anstrebt, wenn man das Positionsspiel als Zit hat, nur rationaler ist, wenn man berücksichtigt, wer seine Spieler oder Mitspieler sind. Es gibt also nicht nur ein einziges Spielsystem, das diesen Fußball ermöglicht, sondern alle können es, aber einige sind anspruchsvoller als andere. So behauptet Mourinho beispielsweise, dass es beim 4-3-3 eine perfekt ausgewogene Raumaufteilung gibt, während man beim 4-4-2 mit enger Raute viel mehr nachdenken muss, da das Spielfeld nicht rational besetzt wird. Er sagt insbesondere, dass mit dieser Grundordnung, wenn die Außenverteidiger aufrücken, ein größeres Manöver notwendig erforderlich ist, um dies defensiv zu kompensieren. Und das Gleiche gilt, wenn Spieler aus der Raute auf die Flügel kommen. Aber auch wenn einige Spielsysteme komplexer zu beherrschen sind als andere, steht das Positionsspiel immer für sogenannte positionelle Stränge, für Genauigkeit auf dieser Ebene, insbesondere mit dem Konzept der Beziehungsdistanzen, das nicht nur einen präventiven Zweck im Falle eines Ballverlustes hat. Diese Idee besagt nämlich, dass man sich tatsächlich in einer bestimmten Entfernung zu seinen Mitspielern befinden sollte, je nachdem, wer diese sind und wo und bei wem sich der Ball befindet. Ein Beispiel hierfür ist Messi, der nach einiger Zeit im Zentrum unter Guardiola bei Ballannahme fast immer direkt jemanden in seinem Rücken hatte, so dass er sich nicht umdrehen konnte. Also die Lösung, je nach Situation darin bestand, mehrere Mitspieler sehr nah an Messi zu haben, um die Distanz und damit die Passzeit zu verringern. Und wenn man also richtig positioniert ist, ist es in manchen Situationen besser, seine Position nicht zu verlassen, denn das würde bedeuten, seine Funktion nicht mehr zu respektieren. Henri sagte, dass man in Barcelona eher lernt, auf den Ball zu warten, anstatt abzukippen und ihn zu fordern, da diese wenigen Meter bedeuten könnten, dass man zum Beispiel eine gegnerische Linie nicht mehr bricht. Aber auch nach einem Pass kann es Sinn machen, die Position zu halten, wenn unser Mandeka woanders hingeht oder wenn man möchte, dass er bei uns bleibt, damit er nicht einen anderen, besser positionierten Mitspieler verteidigt. Das Toco y me voy, ich spiele und gehe, hatten wir in meiner Analyse von Argentin gesehen, aber manchmal muss man auch spielen und bleiben, also Toco y me quedo. Nun kommen wir zu etwas Konkreteren, denn dieses Mal sind Animationen notwendig, damit ihr die folgenden Konzepte richtig verstehen könnt. Das erste Konzept ist der freie Mann, da man in der Regel die Möglichkeit hat, in Überzahl zu sein, um somit einen freien Mann zu haben. Viele Mannschaften sorgen nämlich dafür, dass sie, wenn sie nicht im Ballbesitz sind, einen Spieler mehr als der Gegner auf der Öhe ihre Verteidigerei haben. Und wenn dies nicht der Fall ist und jeder Spieler gedeckt wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, durch den eigenen Torwart eine Überzahl zu schaffen, sofern einer der zehn gegnerischen Feldspieler auf diesen herauskommt. Die Mannschaft muss sich also darauf vorbereiten, Passoptionen anzubieten, wenn es Druck gibt oder geben sollte, denn der Druck muss vielleicht eben durch eines der vielen Mittel, die es gibt, gewägt werden. Das erste ist ein langsamer Pass, der einen Gegenspieler für einen Moment glauben lassen könnte, dass der Torwart zu spät kommt, was aber nicht der Fall ist, sodass der Mandek seinen Spieler verlässt, dann zögert und so vielleicht dem Torwart Zeit gibt, zu seinem Spieler sozusagen zu spielen. Wenn das nicht ausreicht und man den herausgelaufenen Spielern noch mehr heranziehen muss, ist das Warten, bis der Ball auf einen zukommt und eine Pause, insbesondere indem man den Ball mit der Solle annimmt, was Roberto de Zerbi empfiehlt, ein gutes Mittel, weil es einen Eindruck von Sorglosigkeit vermittelt, also etwas, das zum Unterschätzen des Torüters führen kann. Und sonst heißt das allerletzte Mittel, Konduktion auf Spanisch, den Ball nach vorne zu dribbeln, bis ein Gegenspieler herauskommt. Und um diese Art von Magnetisierung zu verstärken, empfehle ich dem Ballträger, den Kopf zu senken, bis er eine Grenze der Einschränkung seines Sichtfeldes erreicht, die er kennen muss, um seine Umgebung nur erfassen zu können. Der gegnerische Spieler wird möglicherweise in die Falle tappen und mit hoher Geschwindigkeit ankommen, so dass er mehr Zeit brauchen wird, um sich umzudrehen, vor allem wenn der Torwart den Ball im letzten Moment spielt. Denn je näher der Gegenspieler ist, desto weiter ist er in der Regel vom Empfänger entfernt. Und wenn der freie Mann vom Pass geben noch im Schatten des Gegners stehen sollte, heißt die Alternative Spiel über den Dritten, da man durch einen anderen Spieler den freien Mann finden kann, der somit auch der dritte Mann dieses Spielzugs ist. Das ist auch der Grund, warum man das Positionsspiel mit der Bildung von Dreiecken um den Ballträger herum in Verbindung bringt. Aber entscheidend ist, wie diese Dreiecke aussehen und nicht, dass es Dreiecke gibt. Denn man kann jede beliebige Mannschaft nehmen und ihre Spieler so verbinden, dass Dreiecke entstehen, ohne dass es sich überhaupt um Positionsspiel handelt. Manchmal ist es auch möglich, das Konzept des Spiels über den Dritten auf das des Spiels über den Vierten auszuweiten, wie ich in meinem Video über Chavis Barca demonstrieren konnte. Aber das setzt voraus, dass man bereits fokussiert ist, bevor der dritte Mann den Ball erhält. Und das ist was, worüber ich jetzt reden möchte, nämlich die Idee, dass jeder Spieler zu jeder Zeit eine Rolle hat, auch wenn der Ball auf der anderen Seite ist. Stellen wir uns vor, dass dieser Gegner nach dem Spielzug über den Dritten auf den Ballträger zuläuft und so den Pass zum Außenverteidiger verhindert, ist also der nächste freie Mann nicht anspielbar, da er sich im Schatten dieses Spielers befindet. Also eine weitere Konduktion. Eine weitere Konduktion. Und hier kommt das Konzept des gemeinsamen Reisens, des Viajarjuntos, das von den Spielern verlangt, immer eine Gruppe zu bilden, um fortzurücken und in diesem Fall vor allem, um einen Ballverlust zu verhindern, da der Innenverteidiger seine Position verließ. Und dieses Konzept bedeutet Geduld, wenn die gegnerische Mannschaft gut verteidigt und einen abwartenden Ansatz verfolgt, denn unter diesen Bedingungen bedeutet diese Spielweise, dass man nichts erzwingen will, bevor man nicht möglichst viel Verrücken geschafft hat. Das bedeutet, dass man oftmals Pässe wiederholen muss, um den Gegner heranzuziehen und ihn auf einer Seite zu versammeln, bevor man versucht, so direkt wie möglich auf die andere Seite zu spielen, um das Verschieben der gegnerischen Spieler, der gegnerischen Spieler auszunutzen. Das ist ein heikler Moment für sie, dieses Verschieben, da sie sich neu orientieren und manchmal sogar die zu verteidigenden Spieler tauschen müssen, sodass Lücken entstehen können. Oder die Gegner können in solchen Situationen auch Unsicherheit empfinden, sodass ihr Reflex darin bestehen kann, sich zurückzuziehen. Genau, was für die betreffende Mannschaft gleichbedeutend mit Verrücken ist. Aber auch wenn ein Tiefblock vor allem diese Art von Spielzügen erlaubt, sollten die Spieler nicht vergessen, immer zuerst weit nach vorne zu schauen, um zu sehen, ob es eine Passmöglichkeit gibt, denn geduldig mit dem Ball zu sein, bedeutet nicht, dass man nicht auch direkt zum Tor gehen kann, wenn es möglich ist. Weit nach vorne zu schauen war damals nämlich die Bitte Johann Kreufs an seine Spieler und ist immer noch die von Guardiola, aber man sollte auch wissen, dass obwohl es sich hier um zwei den einflussreichsten Vertretern dieser Idee des Positionsspiels handelt, sollte man meiner Meinung nach das Spiel ihrer Mannschaften, sogar das der Mannschaften ihres Landes, die manchmal automatisch als Positionsspiel bezeichnet werden, differenzierter betrachten. Ich denke in der Tat, dass es besser ist, das Positionsspiel als ein Ideal zu sehen mit Mannschaften, die sich auf eine Art Tankanzeige mehr oder weniger diesem Ideal annähern, indem sie diese Konzepte in einer bestimmten Häufigkeit korrekt anwenden. Und wenn man das Spiel von Guardiola sieht ja am Anfang wieder aufgreift, sieht man, dass Bernardo Silva und de Bruyne, zwei Spieler, die dennoch für ihre Spielintelligenz bekannt sind, nicht richtig positioniert sind. Der Portugiese ist zu weit weg, um den Verteidiger vor ein Dilemma zu stellen, sodass Herr Gondoran folgen kann, der am Abkippen ist, während der Bailier den Albraum besetzen sollte, da Maris schon auf der Seite ist. Aber gut orientiert, um am richtigen Ort zu sein, ist eigentlich nur der erste Schritt. Es dient natürlich dazu, nur dazu eigentlich, die für das Spiel notwendigen Informationen aufzunehmen, um dann richtige Entscheidungen treffen zu können. und ein Konzept, das sich zum Beispiel aus dieser Sorge um die richtige Vororientierung, Körperorientierung ergibt, ist die Kommunikation durch den Pass. Jemandem, der seitlich so orientiert ist, dass er nach vorne gehen kann, will man dem den Ball auf den entfernten Fuß geben. Wenn man aber sieht, dass ein Gegner kommt, wird man ihm den Ball auf den anderen Fuß geben, damit er ihn nicht verliert. Und mit der Zeit werden die Spieler das so als Signal interpretieren können. Ich denke, das war alles, was ich zum Positionsspiel sagen kann, ohne die theoretischen Elemente von Seirullo zu erwähnen, denen ich sicher eines Tages ein Video widmen werde. Und ansonsten habe ich vor, in anderen Videos mehrere Konzepte, die heute erwähnt wurden, zu vertiefen, auch indem ich darüber sprechen werde, wie man sie trainieren kann. Also auch mit einem Video über das Rondo. Aber ja, ich sage dich nicht mehr dazu. Abonniere es einfach, wenn du das alles nicht verpassen möchtest. Und neue taktische Analysen von Mannschaften, Spielern und Spielen kommen auch bald. Also das könnte dich interessieren. Tschüss! 636-215-105-105-107-3ade-3D-8p3-6x-5252-BB3-107-1-3d-4-5D53-6y-5253-6000-575-127-664-680- missed.